das Orgherz wird ein Kampf um Leben und Tod ja neini und Sommerfragen nicht mehr Altar Okay, gehen wir einfach mal zurück. Pokécenter. Ähm, ja. Na, ich hab grad eben was gesucht. Hab ich jetzt schon hier gepa- Ja, wird halt ich schon gehalten. Okay, ähm, vielleicht nochmal hochzudehnen. Nee, das war falsch. Wusch. 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 Hast du mal, ich möchte mal ganz fix was probieren. Lucht. Ja, ich mach mal fix. Flüchtling. aber es ist doch blöd fest im Köln war war ein Jahr dick und dünner so lief klar als die Grunde von Gründen nun abwarten ja noch mal da drauf Stachen Spur Nils das war nicht jetzt eigentlich wohl geplant das war gut so ja Teckel Absorber das wird ein guter Kampf ja okay das ist selbst Pokémon das bringt eigentlich nie so viel gründlich wechselt wird Prozent wird das jetzt etwa für Moorabel nein auch egal dann schauen wir uns Moor was Flomel kann und derzeit kommt mir irgendwo bekannt vor ich weiß nicht woher aber aber A Fick dich oh man das ist doch blöd ey na gut immer noch was jetzt in dem Pokéball zurückgerufen ach Mist habe ich hier vergessen zu wechseln, das Pokémon. Sekunde. Ja, hatten wir Dings, das ist schon mal drinnen. Ähm, Stachelspore. Oh, Alter! Ähm, Tackle. Ganz einfach Tackle auf das Pokémon. Und hier Absorber. Oh, äh, brauchen wir doch nicht mehr. Oh, Mann. So. Ja, komm, komm, Kleiner. Gibt's Geld, rück's Geld raus. Oh, der Nächste. Sag mir bitte nicht, das war das, was ich grad gedacht hab. Er will mich hart rannehmen. Ich will's, ne, hoffen. Ich will's für den echt ne, hoffen. Weil einer da jetzt echt ein Problem, wenn er mich hart rannehmen will. Ich bin Herr der Zweideutigkeit. Wer, nee, ich werde nicht das Pokémon wechseln. Was habt ihr alle gegen mich? Ähm, ja, auch nochmal Aquaknarre. Mein Morabel schießt mit seiner Knarre. Na, lecker. Ähm, würde sie zum Einstauwettbewerb, oder was? Ich schwitze ja, was das auch immer bringt. Also. Lol. Und es kommt ne blöde Höhlen-Tor. Und wir haben schon 19 Minuten. Das heißt, ich muss da jetzt noch 10 Millionen aufnehmen. Naja, müssen ihr weh. Das, das find ich blöd. In einem kleinen Ding. Hocken, kleid drei Pokémons, weinmal. Das find ich manchmal echt blöd. Ähm, Beutel. Ich hab außerdem jetzt grad mal ne Idee. Okay, für Morabel. Ah, es geht, es geht, es geht. Ah. Okay. Oh, hier kommen überall Pokémon. Oh, das hab ich schon. Das hab ich schon geflucht. Komm schon, Morabel. Darf man hier einfach so rein? Ja, ich denk mal. Nee, tut mir leid, Leute. Ich geh hier aus der... Oh, nein. Oh, nein. Dieses Pokémon ist ja anscheinend heimisch. Ich dachte, das wäre selten. Gibt Sonne. Ich geh jetzt hier raus. Geh zurück. Oder doch nicht zurück. Abba, 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 Abba Boah, nein, alter, ey. Oh, ein Abra, das hätte ich jetzt echt gebraucht. Ich habe ein Abra gebraucht. Renn, 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 renn. Das ist aber jetzt echt böse. Ich wollte das Abra um den Weg haben. Naja, da kommen wir noch ein paar Bälle. Ja, wir kriegen ja genug. Wir kriegen ja genug Dings. Willkommen. Ja, was kann ich denn, mag ich's kaufen? Diese Kunde ist hier irgendwo. Ah, Schutz. Ja, ähm, Szene. Ähm, Fluchtsaal, kaufen wir mal. Jens. Ähm, Trank. Einfach mal. Szene. Wir haben Elfe da vorne. Gibt's hier? Nein, gibt's nicht. Einfach mal wieder raus. Ui. Verrückt, es ist... Acht Uhr, keine Ahnung was. Acht Uhr 23, nehm' einfach jetzt nochmal fügt's auf. Auf Spaß. Nein, verdammt. Okay, ich geh jetzt einfach in die Höhle rein und mach das, was ich machen soll. Also, Beutel. Ähm, wo haben wir das? 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 Schutz. Schutz. So, wilde Pokémons. Ja. Ja, und ja, und von so einem Team war er nach. Ähm, Team Aquaröpel. Der war in der letzten Folge, also in der vierten Folge, ich weiß nicht, ob sie erschienen ist, weil ich produziere gerade eben noch vor. Ich mach's für einen fast nie auf den Tag. Ähm, ja. Ich hab' ich gehabt. Ähm. Oh, okay. Ja, ähm, ja, ich hab' hier eine Uniform und steh' meinen Namen drauf, ne, 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 so. Ja, ähm, ja, das ist, ja, ne, das ist normal. Ui. Komm' ich jetzt, V.M. Schneider? Aha. Oh, jetzt müssen wir da so schnell wieder hinlaufen. Ich will aber jetzt nicht hin, ich will eigentlich jetzt die Hülle erkunden. Oh nein, jetzt wird der Schutz nicht mehr. Ach, jetzt können wir auch zurücklaufen. Alter, ich spring' nur drauf, mehr nicht. Und schon hab' ich's erwischt. Oh, das ist doch blöd. Ach, komm, können wir die Hülle nochmal mitnehmen. Naja, einfach nochmal so. Ähm, ja. Ähm, bitte. Wir können ja überziehen. Wir haben ja eigentlich nix. Ja, ich hab' jetzt auch grad Bock gehabt, aufzunehmen. Nein, Mario wird nicht das Pokémon wechseln. Auch nochmal Aquaknale drauf. Sehr effektiv. So. Ähm, nochmal ganz nichts, das Umstellen, Optionen, Folge. So, nun fragte ich nicht mehr, ob ich wechseln will. Also, lustig, ich klicke auf das Item und es kommt Pokémon. Das gab's früher mal in der Roten, da gab's diesen, ähm, Vektorball. Ne, hieß der so. Ach, egal. Ähm. Oh, der, ähm. 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 What the hell? Ach, mh. Cool, also. Ich will Mr. Trump, der Brasilian, der Devon Corporation. Oh, ne. Ich hatte es, wenn Leute mir das besprechen wollen, wenn sie schon so ankommen, ja, wir müssen mal reden. Das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Ob nur, wenn das eine Frau zu dir sagt, also Freundin, äh, egal was, das ist immer blöd. Oh, Sekunde, da kam ich durch. Ja, weiter. Da kam mir auch die Fasch-Taste. Danke. Ja. 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 Oh, danke hat mich gehalten. Ähm. Ja, danke, dass ich mich auf mich verletzt. Und es wird zwar eher ein Fehler sein. Aber, ne, ja, das muss man dabei. Och, es sind ja alles wieder runtergehen. Alter! Scheiß-Zocker, ey! Ne, dann, die Flügel und den Sturm. Ihr Zocker. Fucker sind gut. Ähm, ja, weil es so unglaublich... Ähm, Trainerruf? Ähm, Beutel? Achso, Brucken, na, ähm... Ähm, Trainer-Alters-Trainer-Ruf. Einrufen. Jhm, jhm. Peace, hold the line. Oh, Marvin? Du hast mich erreicht. Ah, okay. Okay. Okay? Der ist mein Stalker. Der schaut mir an da unten drunter. So, jetzt mal ganz fix schauen. Brucken, na. Ähm, nehme ich auch noch auf? Ja, ich nehme noch auf. Ähm, Karte. Irgendwohin einer hat mich die Karte. Ich muss hier hin, oder? Warte mal, gib mir das nicht irgendwie. Ach, gibt's kein Navi mehr. Es soll Navigator sein, aber es ist im Grunde keine. Anomalt, der mich jetzt schon geheilt. Pokémon, ja, perfekt. Musik. Vielen Dank.